was ist das für ein level das ist ja fängt ja gut an einfach mal nicht springen warum auch ich wollte mich waschen da nicht runter man soll wenn hier runter aber wie kommt man dann da wieder hoch das lohnt sich da was ist hier das check alter alter wie komme ich an den checkpoint da kann man sich doch fünf millionen mal den dassel stoßen ich gehe erst mal hier also hier ist ein checkpoint wow und hier kann man wie komme ich zu dem da okay und hier kommt man wieder hoch na gut ja schön schön sehr schön das wird jetzt lustig ich verspreche euch für euch nicht für mich ich habe drei rote von 12 ich dachte ich war jetzt davon ausge 8 von 12 da kann man tatsächlich da sammelt man noch was okay ja in ordnung ein bisschen ja na na ich aktiviere mal den checkpoint da so weil dann haben wir die achter nämlich schon mal verdammt 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 wie soll das nein so hier lang da hoch hier drüber hier drüber hier drüber hier drüber ja der sprung wird lustig okay der ging einfach als ich dachte okay haare haare ich hatte jetzt alle füßig damit gerechnet dass da ein stein rauskommt aber und hier da kommt ein stein raus und da werden noch mehr kommen ich kann es auf wo könnte ich mir auch gott sind hier noch die anderen alter wie soll man denn das in der zeit schaffen weil guck mal auf die zeit da oben links ähm wow warte ne da kommt eh nix rotes aber ist da wieder so ein ne ich glaube nicht zehn von zwölf wo sind die anderen zwei mein das kriegen wir jetzt eh nicht mehr gebacken aber wow sag ich da nur wow richtig cooles level aber wow wo soll ich denn die kriegen ja zeit ich weiß ich versuche es gerade noch aber shit nicht hier äh lauf 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 okay das ist wow wo kriegen wir die zwei äh ja die da jetzt noch fehlen alter man man e oh haben wir schon mal leben wieder ist auch schon mal auch nicht schlecht so wie kam ich jetzt gerade höher man sieht ja hier nichts okay so gut geht das nein hat mir das schon mal versucht ich weiß es nicht alter alter gut dass du einfach mal nicht gesprungen bist das finde ich sehr gut diana diana ja ja diana falls du das siehst warum springst du einfach nicht kein frei leben auch wärmer 37 und jub und jub und jub nein hopp und hopp und hopp und hopp alter das kann doch nicht so schwer sein ich habe es doch schon getan aber ich genieße gerade die musik nur so richtig ich hätte wetten können dass wenn ich das schaffe darüber zu kommen dass ich dann sterbe weil es falsch geteilt war hätte ich wetten können aber hier wäre übrigens auch ein netter gimmick wenn man hier stehen bleibt und der stein runterkommt dass man dann stirbt oder so das wäre es wäre saugemein aber ich glaube ich hätte das eingebaut weil ich bin ein schwein was sowas anbetrifft ich wusste dass die sau nochmal was wirft waren hier oben da oben war keine es muss doch hier es muss doch hier da ist einer so und dann müssen wir runden lang das gibt solche kopfschmerzen sage ich euch 10 von 12 10 von 12 die chef risiko ein ich muss ja ich muss ja irgendwo wo sollen die zwei sein wo soll es sein 84 kunden oh man ne da ist nix da ist einer alter alter wie soll das wow 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 wo ist jetzt der letzte willi spiel willi tschüss ich bin weg auch wenn ich gern wüsste da überm ausgang da war auch noch was ich könnte wetten überm ausprang einmal hoch springen und man hat den zwölften ich könnte wetten ich könnte so wetten blubber bläschen blubber bläschen was soll man mit dem blubber bläschen machen außer die zwei hier holen wo wir sonst nicht dran gekommen wären vier tschuldigung okay die alle holen und guck mal da links und da oben ist der ausgang hat habt ihr gesehen wie gekonnt ist dieser vieh ausgewichen hat ja der war gut der war der war so richtig hatte ich wohl ein bisschen zu viel power beim aufblasen der kaugummiblase kennt man ja ne zu viel luft reingepustet macht sie plopp okay so nein 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 nicht da oben drunter nein 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 oh nein 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 gesprungen das ist ja interessant wow wow wow